Willkommen zu einem neuen Video aus meiner Werkstatt und wir gucken uns heute mal einen kleinen, ja, einen Mini-Laser an. So, wenn ihr einen Blick in die Werkstatt werft da hinten, dann seht ihr, oder ja, man sieht, dass sich sehr viel getan hat. Unheimlich viel hat sich getan. Es sind viele Dinge neu dazugekommen. Es gibt neue Themen, es gibt neue Werkzeuge auch noch dazu. Die zeige ich euch aber alle in den Werkstatt-News. Von daher ist es jetzt Zeit zu abonnieren, wenn ihr die Werkstatt-News, die in drei bis vier Tagen kommen, nicht verpassen wollt. Einfach abonnieren, dann werdet ihr informiert. Wir gucken uns heute aber einen Laser an. Und zwar schauen wir uns den K10 von Vanilux an. Das ist ein kleiner Laser, das ist so ein kleiner Pocket-Laser, will ich fast sagen. Also der ist wirklich mini-klein und ermöglicht euch, selbst in kleinen Werkstätten unheimlich, ja, tolle Sachen zu machen, ohne dass ihr großen Platzbedarf braucht. Und das ist natürlich der spannende Teil daran. Die Flexibilität dieses Lasers zeige ich euch. Der ist flexibler, als man denkt. Und ja, was da drin ist, das ist natürlich nachher so im Lauf des Videos, das packen wir jetzt erstmal so ein bisschen zur Seite. So, wir sprechen heute über den K10 Laser. Ich packe den jetzt mal aus, dass ihr seht, was da so alles drin ist. Wir haben hier ein bisschen Material. Wir haben hier eine Beschreibung. Gucken wir nachher kurz rein. Dann gibt es ein USB-Kabel und ein Netzteil und natürlich den Laser selber. So, das packen wir mal zur Seite. So, das ist also jetzt dieser Laser. Das ist die Beschreibung. Die ist unheimlich dick. Das liegt aber auch daran, dass sie einfach mehrere Sprachen hat. Also, wir haben hier ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sprachen. Deutsch natürlich inklusive. Oder was heißt natürlich? Gott sei Dank inklusive. Damit haben wir es noch ein bisschen einfacher für diejenigen, die vielleicht Englisch oder Chinesisch oder wie auch immer nicht mächtig sind. Ja, also, es ist ein kleiner Laser. Es ist ein kleiner Pocket Laser mit einer Grundfläche von 80 auf 80 Millimeter. Das ist nicht groß. Aber wenn man sich mal überlegt, was lasern wir eigentlich alles, dann ist schon fast diese Fläche ausreichend. Es sei denn, ihr wollt richtig große Bilder oder richtig große Schnitte machen. Dann ist es natürlich besser, sich einen größeren Laser anzuschaffen. Aber für alle anderen Anwendungsgebiete ist dieser Laser wirklich genial. Einmal ist er, ihr seht es ja, komplett eingehaust. Also, da sind im Grunde genommen sämtliche Sicherheitsfeatures im Gerät selber verbaut. Das beginnt einmal hier mit dieser Klappe. Diese Klappe könnt ihr öffnen. Und wenn sie geöffnet ist, dann läuft der Laser einfach nicht. Oder wenn ihr den Laser schräg stellt, geht der Laser eben auch aus. Das sind die beiden Features, die ich denke, sehr wichtig sind, ganz klar. So einen Notausknopf brauchen wir eigentlich nicht, denn der ist eigentlich auch hier oben. Den zeige ich euch aber gleich. Den gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. So, schauen wir uns nochmal den Laser im Detail an. Schauen wir uns mal die Vorderseite an. Wir haben hier, wie gesagt, hoppla, wir haben hier dieses Schutzschild oder diesen Schutz als solches, der sehr große Einblicke von drei Seiten letztendlich in das zu lasernde Feld bietet. Und es ist ein Schutzglas. Ihr braucht also keine Schutzbrille tragen. Allerdings, ich empfehle euch, setzt eine Brille auf. Ist es ein zusätzlicher Schutz, schadet nicht. Und es sind eure Augen, die letztendlich daran oder darunter leiden würden, wenn denn doch etwas passieren sollte. Also, lieber Brille aufsetzen. Schauen wir uns die Vorderseite an. An der Vorderseite fällt auf, also gucken wir erstmal den Würfel als solches an in den Abmessungen. Und da sind das letztendlich, ich meine, 205 auf 225 auf 187 Millimetern. Also, das sind die 225, das sind die 205 und das sind die 187 Höhe. Okay, und das ist schon beeindruckend klein. Also, da könnt ihr sogar dieses Teil ganz, ganz locker in irgendeine Schublade verstauen. Dann ist es weg, es ist staubfrei in der Schublade und ihr habt immer einen Laser irgendwie griffbereit. Wenn wir uns mal das Gerät jetzt von vorne anschauen, dann haben wir hier oben eine LED. Wir haben hier zwei Knöpfe und das war es auch schon. Die Bedienung ist dadurch letztendlich gewährleistet. Wir haben hier einen Schutz, einen Sichtschutz, der hochklappbar ist, wo ihr dann letztendlich hier euer Werkstück einlegen könnt. Und wir haben hier unten drin, ihr seht, nur einen Rahmen. Das ist also nur ein Rahmen, in dem dann letztendlich, ich nehme jetzt mal so ein Holz und demonstriere euch das mal, wo das hier so eingelegt wird und ihr könnt immer an einer Seite anschlagen. Und wenn man an einer Seite anschlägt, dann heißt es immer, es gewährleistet, dass das Teil, wenn man mehrere davon machen möchte, immer an der gleichen Position liegt. Man muss also nicht immer neu ausrichten, sondern es liegt immer an der gleichen Position. Und das ist schon mal ein gutes Feature, würde ich sagen. Dann schauen wir uns das Gerät mal von unten an. Wir haben also hier die Achsen, die da laufen. Die ganze Elektronik läuft hier drin. Denn das hier ist meines Wissens ein 3-Watt-Laser. Also relativ klein eigentlich, aber für Gravierarbeiten völlig ausreichend. Beziehungsweise auch für ganz, ganz leichte Schneidarbeiten. Könnt ihr also auch mitmachen. So, wie gesagt, dann haben wir hier einen offenen Rahmen. Und dieser offene Rahmen erlaubt, dass die Standfläche letztendlich des Lasers gleichzeitig die Oberfläche eures Werkstücks ist. Also das heißt, wenn man jetzt den Tisch lasern wollte, dann klappt man hier zu, stellt das Ding hier einfach auf. Genau da, wo man lasern möchte und fängt an zu lasern. Das ist natürlich schon eine tolle Sache. So, dann wie gesagt, sehr große Öffnung hier von drei Seiten. Und wenn man jetzt mal die Rückseite betrachtet, ja, dann haben wir hier vier Anschlussmöglichkeiten. Wir haben einmal hier einen 12-Volt-Anschluss für das Netzteil. Wir haben hier einen Anschluss, das ist ein USB-C-Anschluss für den Rechner. Wir haben aber auch hier einen Anschluss für eine Rotationseinheit, also für ein Rotary-Modul, das hier eingelegt werden kann, um runde Teile letztlich zu lasern. Und wir haben hier noch eine kleine SD-Karte drin. Diese SD-Karte nimmt natürlich auch eure Daten auf und lasert die letztendlich auch ab. So, das heißt also beim Lasern, SD-Karte rein und dann, na, SD-Karte rein und dann muss einfach nur dieser Startknopf gedrückt werden und dann geht es los mit Lasern. So, wie gesagt, in diesem Buch, bereits erwähnt, ist alles in Deutsch beschrieben. Das heißt, es ist in Deutsch beschrieben der Aufbau, wobei einen Aufbau gibt es hier nicht. Das Teil ist komplett fertig. Ihr müsst es nur anschließen an das Netzteil, an euren Rechner und könnt eigentlich schon loslegen. Das Modell hier K10 ist WLAN-fähig, das heißt, ihr könnt es ins WLAN hängen, dieses Teil. Ihr könnt aber auch über USB arbeiten, also über USB-C in dem Fall. Ja, also es ist, alle Möglichkeiten sind da gegeben. Ihr könnt über Desktop arbeiten und ihr könnt über eine App arbeiten. Es gibt auch eine App für den Laser, in der ihr einfach das Ganze per Handy steuern könnt. So, das ist die Basis-Variante. Es gibt da sicherlich noch eine Pro-Variante, also das ist eine erweiterte Version, die mit anderen Geschwindigkeiten, mit anderen Leistungsdaten arbeitet. Das hier ist die kleinste Version von dem K10 und dabei ist dann eben ein USB-Kabel dabei, wie gesagt, ein Netzteil. Und dann eben ganz rudimentär auch hier noch so ein kleiner Pinsel, warum auch immer, ein Stift. Und dann, ja, sieht aus wie so ein Schwämmchen. Habe ich auch noch nicht geblickt, was es ist. Und das hier, das ist eine Fokussierhilfe. Die zeige ich euch jetzt ganz kurz, wie das funktioniert bei dem Laser. So, die Fokussierhilfe funktioniert folgendermaßen. Ihr öffnet quasi hier diesen Schutz und legt hier unter die Lasereinheit, wie gesagt, dieses schwarze Papierchen drunter. Moment. Und jetzt seht ihr diesen kleinen, diesen kleinen blauen Punkt in der Mitte dieses schwarzen Papiers. Den Fokus selber stellt ihr da unten an diesem Rädchen ein. Das ist ein Rädchen, an dem eben gedreht werden kann und an dem hier dieser Fokuspunkt eingestellt wird. Wir gucken uns das gleich jetzt mal im Detail an. So, ich drehe jetzt mal an dem Rädchen und dann seht ihr, wie dieser Punkt, der jetzt da ist, so ein bisschen verschwindet auch und nicht mehr zu sehen ist. Und dann, wenn der zu sehen ist, also wenn der wieder scharf zu sehen ist und das wäre jetzt der Fall, jetzt wäre es der Fall. Jetzt ist der Fokus auf diese Höhe eingestellt. Ihr seht also, so einfach funktioniert der Fokus. Das ist nichts Dramatisches, sondern der wird, wie gesagt, von Hand eingestellt. In der Pro-Variante gibt es dann einen größeren Laserkopf. Der hat auch mehr Leistung. Und dort gibt es einen, so einen kleinen Bügel, der da runterklappt, der dann quasi den Abstand definiert, der dann wieder hochgeklappt wird und dann wäre dort auch der Fokus eingestellt. Aber ich denke, das ist auch eine Variante, die gut funktioniert. Gerade auf dem schwarzen Papier sieht man das ideal. So, jetzt habe ich ja von Flexibilität gesprochen. Also dieser Laser hat ja eine Fläche von 80x80, aber darauf seid ihr nicht begrenzt. Ich habe von Flexibilität gesprochen und diese Flexibilität will ich euch mal ganz kurz demonstrieren. Ich habe ja gesagt, dass der Laser hier aufgestellt werden kann, wo immer man möchte. Ich habe für meinen Neffen etwas gelasert an einem größeren Laser. Da seht ihr, das wäre jetzt schon aufgrund der Fläche hier unter Umständen gar nicht möglich. So, jetzt ist es aber doch möglich. Ihr könnt es doch machen. Und zwar ist es einfach so, ihr legt euch dieses Teil zurecht und versetzt einfach den Laser immer so, wie ihr letztendlich diese Buchstaben oder diese Palme oder wie auch immer diesen ganzen Kram, ihr versetzt diese Dinge immer einzeln. Es geht also auch größer, jederzeit möglich. Man muss es eben nur versetzen. Und deswegen ist dieser offene Rahmen da unten so interessant und dieser offene Rahmen, der bietet diese Möglichkeit natürlich. Ich habe euch ja gerade vorhin diese schwarze Box noch gezeigt, auf die will ich jetzt ganz kurz eingehen. Das hier ist nämlich ein sogenannter Absaugfilter. Der wurde mir ebenfalls zur Verfügung gestellt für dieses Gerät, ist für dieses Gerät vorgesehen und hat einfach diese Filtereinheit hier. Und diesen Absaugschlauch, der auch schön verlängert werden kann. Und wir haben hier oben in der Absaugung, haben wir so drei Zacken und eine Öffnung für die Lüftung. Und dort werden wir als erstes mal ein Teil einschrauben. Und das andere, das habe ich euch an der Rückseite bereits gezeigt. Da gibt es, zeige ich euch nochmal, da gibt es eben auch diese Öffnung mit diesen drei Zacken. Und diese Rückseite nutzen wir jetzt und schließen dieses Teil eben an. So, und jetzt haben wir eine aktive Absaugeinheit. Das heißt, das ist ja abgekapselt, der ganze Qualm bleibt da drin und wird abgesaugt und hier gefiltert. Und wenn wir uns das Ganze dann mal im Echtbetrieb anschauen, dann werdet ihr sehen, hier tritt nichts aus. Hier sind keine komischen Dämpfe und Gase unterwegs, sondern, oder kein Rauch unterwegs, so muss ich sagen. Und ja, euer Raum letztendlich bleibt frei von Rauch, weil er hier durch dieses Teil gefiltert wird. Dieses Teilchen ist einfach relativ einfach erklärt. Wir haben hier eine Möglichkeit zu öffnen. Hier steckt der Filter drunter, da gucken wir gleich rein. Dann haben wir hier einen Anschaltknopf, da tippt man mal drauf. Dann geht hier ein blauer Bogen an. Dieser blauer Bogen zeigt einfach den Verbrauchsgrad des Filters an. Und ihr könnt hier in verschiedenen Stärken nochmal unterteilen bzw. einschalten. Jetzt ist es ganz stark. Das hört man wahrscheinlich auch. Ja, also von daher. Und es saugt einfach aktiv dieses Gehäuse ab. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einem kleinen Laser, bei dem es lediglich um Logos geht, um kleinere Flächen geht, die ihr auf eure Möbel aufbringt, wo ihr etwas auflasern möchtet und wenig Platz in der Werkstatt habt, dann seid ihr mit diesem Gerät hier wirklich sehr, sehr gut bedient. Ich finde, die Bedienbarkeit auch der Software ist mega einfach. Es ist eine eigene Software, die heißt CutLab X und da braucht ihr euch keine Gedanken machen mit dem Verbinden. Ihr zieht die auf den Laptop, meinetwegen vom Mac über einen App Store oder über einen Download auf einen Windows-PC, völlig egal. Oder ihr arbeitet letztlich über die App, es ist überall das Gleiche. Die Verbindung läuft dann letztendlich, naja, über WLAN geht es. Ich finde aber, über den USB-Anschluss funktioniert es wesentlich sicherer. Und vor allem, ihr müsst nichts dabei beachten, denn das Gerät und die Software verbinden sich automatisch. Da müsst ihr gar nichts tun. Ja, dann gestaltet man seine Dinge und lasert die mit verschiedenen Geschwindigkeiten für verschiedene Materialien etc. Also, wie gesagt, wenn ihr einen kleinen Laser sucht, dann seid ihr hier richtig super gut bedient. Und tut euch den Gefallen, kauft euch dann gleich die Absaug-Einheit noch hinzu, also diesen Filter dazu. Weil dann ist es letztendlich wirklich auch ein geruchsfreies Arbeiten. Schnell verstaut, super Qualität. Auch das Laser-Bild ist eine super Qualität. Im Abspann zeige ich euch aber nochmal ein bisschen mit Musik hinterlegt, was sich da so alles gemacht hat. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Gerät gefallen hat, wie auch immer, findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einfach gerne Daumen nach oben. Abonnieren, wie gesagt, am Anfang habe ich erzählt, es wird demnächst Werkstatt-News geben, die sehr viel Neues auch beinhalten. Einfach nochmal abonnieren und die Glocke anmachen und dann verpasst ihr die Videos nicht. Und dann sagen wir, oder sag ich, sagen wir, sag ich, sagst du auch, sagen wir, bis zum nächsten Video, macht's gut, bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.